Und hier heute mein Rindchen, Empires Nights, gucken wir mal was es gibt. Das ist aber duftig. Das ist gut. Los, noch was anstehen jetzt hier. Und heute mal ein Ründchen, Kairo Casino, so gleich 2 Euro, gucken ob es frisch gelebt hier. Ah, es ist ein Vorhoher. Na nun los. Einer für euch. Einer für euch. Ist der nicht drinnen? Könnte uns nicht? Die Flocken oder verschwunden hier. Und heute mal Freispiele Book of the Ages. Tschüss. 2 Euro Einsatz. Ein paar Kerzen. Hoi, 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 sehr schön. Wow. Wow. Last night. Bleibt dabei. 2,54 Euro. Sehr schön. Her damit. Und weil es so schön war nochmal Bücher. Oh, der Chef höchstpersönlich. Es collector Hot. Ih, shit. Man, ich bin mal werdeten. Ich bin mal häufig. Verder als Herr und Tod. Werdet kannst du für euch? What?" Untertitelung. BR 2018 Oh, das packt mal 4 davon drin. Und jetzt haben wir noch... Na, na, na. Ah, schade. Nochmal 178 dazu. Supi. Oh, und heute mal eine Runde Criptake. 2 Euro Einsatz. Dem mal los. Na komm schon, lass dir die Lumpen hier. Wahl 4, na toll. Muss noch was kommen. Na, die fette Ausbrüte ist das ja nicht. Niedlich. So, mal schauen, ob es ein bisschen Jolt hier gibt heute. Ah, sieht schon mal nicht schlecht aus. Das kannst du ja noch mal machen. Oh, es kommt schon an. Oh, es ist noch so eben. Mach doch nicht. 195. 90. 90. 90. 90. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020